So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spyro Year of the Dragon, wie ich so gerne aussprechen möchte. Ne, Let's Play Spyro Year of the Dragon, ich bin wieder da und wir machen weiter. Das letzte Mal haben wir die Overworld, 100% abgeschlossen, das heißt wir können uns jetzt heute mal wieder schön um ein Level kümmern. Ich würde sagen, wir knüpfen uns auch gleich das hier vor, was sind hier Wolkentürme. Klingt mir schon gleich unsympathisch, klingt hoch, klingt böse, klingt tödlich, klingt nicht nach Kuchen. Jetzt habe ich auch nichts zu trinken hier, oder? Leer, 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 scheiße, nur noch Leergut. Äh, Spyro hat sich gerade einfach mal so... Na okay, die Kamera ist jetzt auch viel mehr so, wie sie mir gefällt. Und alter, Vogelmensch, dir geht's so gut. Jetzt nicht mehr. Ah! Flieh! Ich sag ja, das will mir hier glaube ich nicht gefallen, das sieht hier alles ein bisschen sehr unsympathisch aus. Alles sehr hoch und teil. So, was geht bei dir? Die Rhinoxer haben unseren Wolkengenerator abgestellt und ich werde nie wieder einen Regenbogen sehen. Tu mir was dagegen. Ich kann vor dieser leisen Stimme einfach nichts machen. Ach man, nochmal diese leisen Stimmchen. Äh, achso. Flümpf. So, einmal da hoch, bitte. Vor grad sagen, ich kann mich hier oben nicht bewegen. Wenn meine Flügel groß und stark wie deine wären, könnte ich leicht drüber gleiten. Was du nicht sagst. Jetzt bringen sie mir das Leiten bei. Was du nicht sagst. Wey! Bam, 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 bam. So. Kommt davon, wenn ihr euch mit dem Master anlegt. Äh, da ist noch einer. Ich will ja nichts vergessen. Ich seh's kommen, wenn ich was vergesse, dann, ja. Ihr wisst ja. So. Hallo. Was du nicht sagst. Das mache ich schon seit zwei Minuten. Äh. Also. Ne. Ich finde das ja genial. Die stellen mir schon die ganze Zeit, diese Gegner vor die Fresse. Aber jetzt sagen sie mir erst, dass das so nicht geht. So. Der Motto, na, ähm, das geht so nicht. Wir haben uns da was anderes ausgedeckt. Hallo. Mach mal nicht so einen Wind. Ah. Hallo, Stefanie. Wie geht's dir? Ja, dir geht's gut, hoffentlich. Bist offenbar glücklich. Deswegen hast du mich auch super lieb und verpiss dich sofort. Hallo. Oh. Einfach mal verfehlt. Ähm. Genau. So. Hallo. So. Jetzt muss ich doch mal gucken. Wah. Ist schon schlechter Wind, wenn du einfach nur den Boden wegwählst. Hier ist Zeugs. Da ist Zeugs. Da ist Zeugs. Und da ist auch noch Zeugs. Da ist auch noch Zeugs. Äh. Gehört das hier hin, oder? Achso, warte mal. Hey, Tweety. Geht's da runter und sterbe ich da? Nee, das. Uh, einfach nur. Ja. Das, was mir nachher gefehlt hätte. Sagen wir es so. Einfach das, was mir nachher gefehlt hätte. Aha. Nee. Da muss ich anders hin. Nee. So hoch komme ich damit nicht. Too bad. So vielleicht? Nee. Kann ich knicken. Bäm. Dann ein andermal. Ey. Pff. Lölz. Er tut vor der Lölz. So. Er tut vor der Lölz und vor der Hölz. Wieso habe ich da... Ich habe nicht da oben wirklich ihn wieder gesehen. Du schon wieder. Hallo, hallo. Wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ey, Fettbacke. Die Zauberin hat mich beauftragt, diese Blasebälge zu bewachen. Ich könnte aber vielleicht in die andere Richtung sehen, wenn ich durch das Zählen von Edelsteinen abgelenkt wäre. Weißt du, dass du ein Hohensohn bist? 200. Ja. Oh, ja. Wertvolle, wertvolle Edelsteine. Nun, Sparrow, jetzt kannst du die Blasebälge jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Irgendwann bist du Toast, mein Freund. So. Äh, jetzt ist fraglich. Komm ich da... Ich werde versuchen, da nachher mal hinzukommen. Ich glaube, da komme ich nachher noch hin. Also, ich wollte gerade sagen. Ha! Na, kommt mal her. Äh! Du bist ja ein Arsch! Gut, dass hier unten noch was ist. Das hätte mich jetzt aufgeregt. Achso. Äh. Nein! Nerv! Burn! Burn! Oder einfach nur Murd. Nih! Ich hatte so jetzt schon Passagen. Dauern immer so ewig lange. So. Ah, fuck it. Hey, einfach mal weiterrennen müssen, ich Idiot. Hallo. Vergiss nicht, dass du am weitesten gleitest, wenn du die X-Taste drückst. Wenn du am höchsten bist. Willst du mich da nicht verarschen? Halt doch mal die Fresse. So, da oben kommt man doch bestimmt noch irgendwie hin. Da gehe ich auch nachher. Da werde ich auch bestimmt noch irgendwie hinkommen. Zur Not. Ich renne auch gerne mal ein bisschen durchs Level. Und. Hallo. So. So's. Und so's. Äh, kann man hier nicht irgendwie durch? Nee. Kann man nicht. Ich mache sowieso, ich gehe erst einmal durchs Level durch und dann gucke ich weiter. So. Apropos durchs Level durch. Oh, du hast die Blasebel geaktiviert. Nein. Wäre nicht schlecht von dir. Ah. Guess what. Welki. Wow. Super. Diese Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerate verstopft haben. Henry. Wieso hat er keine Maske auf? Didim. Tisch. Ah, da kommt man hoch. Und da will ich auch hoch. Nee. Äh. Oh. Ach so, das ist Bonusgedönses. Okay. Was willst du, dass ich tun tue? Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke im Morgengrauen auf. Aha. Aber diese üblen Geister halten unsere Glocken vom Klingeln ab. Aha. Ah. Ja, fängt schon mal toll an. Fliegen. Fliegen. Hey. Du dumm Teil. Ja, wenn man mal zielen kann, dann geht das. Die Wolke ist so derg, voll auf Droge. Möchtest du dieses Dings da? Es fiel aus der Glockenstube. Warum nicht? Jake. Hey, Mann. Okay. Wo ist jetzt der Eierdeb? Ich habe ihn noch gehört. Da. Da. Aha, so spielen wir also. So willst du also, hä? Patz! Brian. Mit der coolen Brille. Und den abgecrackten Moves. Damit hätten wir schon 18 Dracheneier? Echt? Alter, haben wir viel. Mann, haben wir viele Eier. Hahaha. Hahaha. Wie ich mich hasse. So. Äh, ja, wie ihr auch seid. Wir machen weiter. Wir tun weiter. Äh, da oben sind noch welche drauf. Und da hinten sind auch noch welche. Hier ist nichts, okay. Doing. Doing. Meow. Äh, jetzt wird aber nochmal das Superfliegen gedöhnt. Darf ich? Dankeschön. Ich glaube, hier wären wir noch so hochgekommen, aber... Bin mir jetzt unsicher. Okay. Ach ja, ich kann ja... Naja. Egal. G-Rani. Oh, ich wollte eigentlich so mit so einem Kopfsprung aber haben. Pff, okay. Okay. Okay.